hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu diesem video ich möchte uns ein bisschen vorstellen denn das ist auf diesem kanal ja noch nicht passiert und die nomi liegt gerade so nett neben mir deswegen nutze ich die zeit mal ja ich bin fahrer ich bin 28 jahre alt und lebe mit meinem mann in köln und vor einem jahr vor anderthalb jahren ungefähr kamen mir einfach der wunsch auf einen hund zu bekommen um unser leben aktiver zu gestalten also ich hatte einfach dieses bedürfnis mehr zu machen aber ich wollte auch ganz bewusst einen anreiz dafür haben einfach mehr rauszugehen mehr zu machen ja ich hatte einfach lust einfach bock auf den hund und habe mir das sehr sehr gewünscht und ich konnte trotz der vielen kontrapunkte mein mann auch für diese leidenschaft entfachen so dass wir uns dann tatsächlich dazu entschlossen haben einen hund zu uns zu nehmen zu unserer familie und so begab ich mich auf die suche nach züchtern und wir fanden nomi ja wie schon gesagt das ist nomi sie ist eine havaneser dame von 4,2 kilo im moment und einer schulterhöhe von 24 cm das heißt sie ist eine ganz schön kleine maus und sie ist jetzt ein jahr und ein paar monate alt ein jahr und zwei monate ungefähr ich weiß gar nicht ganz genau sie wird im juni geboren letzten jahres und sie ist seit oktober letzten jahres bei uns nomi ist mein erster hund und ehrlich gesagt ich habe mich nicht für so einen hundemenschen gehalten aber ich dachte früher immer ja ich möchte immer mal einen hund haben aber wenn dann richtig großen so bernersen hund husky größe irgendwas großes dickes und gemütliches ja kam ein bisschen anders denn letztes jahr kam in mir dann einfach der wunsch auf dass ich einen hund möchte um mein oder unser leben einfach aktiver zu gestalten und naja wir wohnen nun mal in einer mietwohnung und es sind schon zwei hunde hier im haus aber er die miet die vermieter sind jetzt nicht so begeistert davon gewesen dass wir einen hund möchten ehrlich gesagt kam dort ein großer hund gar nicht in frage wir wohnen im zweiten obergeschoss und ich weiß ich glaube treppen sind für hunde nie so toll aber die vermieter hätten auch einfach keinen großen hund akzeptiert deswegen habe ich mich direkt erkundigt was es denn für kleine oder mittelgroße hunde gibt und dort bin ich ja einfach bei der recherche auf havaneser gestoßen ich kannte diese rasse vorher überhaupt nicht und ich habe mich aber einfach in diese rasse verliebt ich habe mir die rasse beschreibung durchgelesen videos angeschaut was sind das für für kleine fell knuddel plüsch bälle die da über die wiese fetzen und was mir einfach total sympathisch war also immer die beschreibung dass der havaneser auf alles bock hat hauptsache er ist bei dir so also dass die sehr aktiv sind auch wenn sie klein sind aber eben auch sehr familiengebunden sind und bock haben mit dir was zu machen und das fand ich sehr sympathisch und dachte ja irgendwie meine softbox ist gerade gesprungen danke mir war das einfach super sympathisch und ich natürlich fand ich die auch süß und ich muss aber sagen ich dachte immer ich möchte unbedingt schwarz weißen oder braun weißen havaneser weil ich das schon echt süß finde wenn die so gefleckt sind sozusagen und die finde ich immer noch wunderschön aber es sollte so nicht sein anscheinend denn ja ich habe bei mehreren züchtern natürlich angerufen und die welpen sind ja unfassbar schnell weg für mich kam keine billigmaschinerie in frage also mir war das schon sehr sehr wichtig wo der hund herkommt dass das kein osteuropäischer gezüchteter massentierhaltungshund ist für 500 euro oder so das möchte ich einfach nicht unterstützen deswegen war für mich einfach klar es wird ein hund aus einer deutschen tierzucht die zertifiziert ist wo das einfach klar ist dass das eine ordentliche zucht ist dass dort die ganzen erbkrankheiten keine rolle spielen denn schlussendlich möchte ich ein gesundes tier haben und das hat dann seinen preis das ist okay also eigentlich haben uns vor nomi nur ein die zwei andere welpen angeschaut beim ersten da sind wir auch extra zweieinhalb stunden bis nach paderborn gefahren und dann sind wir angekommen und dann war da gerade vergeben der welpe war total blöd fanden wir klar ich meine man fährt extra hin und dann hört man jetzt doch jetzt schon vergeben weil einer vorher da war naja aber okay so ist es dann halt dort haben wir aber zum ersten mal eben so ein rudel welpen gesehen und mein mann und ich wir haben uns einfach auch einfach verliebt ich meine es sind welpen und welpe die sind immer süß und tja das sollte halt nicht sein dann waren wir bei einer anderen tierzucht die uns überhaupt nicht gefallen hat die fanden wir sehr unsympathisch wir durften die welpen nicht anfassen ich kann total verstehen dass man natürlich als züchter nicht möchte dass die welpen krank werden auf jeden fall aber ich habe von anderen züchtern gehört dass es halt kein problem ist wenn die welpen ich glaube sechs oder acht wochen alt sind weil dann sind die teilweise eh schon geimpft dass es dann nicht schlimm ist wenn man sich die hände desinfiziert und dann den welpen eben auch mal auf den schoß nimmt mal ein bisschen streichelt denn ganz ehrlich ich möchte mir da ein lebewesen aussuchen und allein das ist ja schon ein bisschen komisches gefühl etwas auszusuchen was mit einem zusammenleben soll und dann möchte ich dort auch einfach kontakt haben ich möchte wissen wie geht der welpe auf mich zu wie reagierte auf mich und den welten dann nur von weitem irgendwie anschauen zu können fand ich ganz unsympathisch einfach bauchgefühl keine gute zucht fand ich nicht gut deswegen wollte ich doch wir hätten welten bekommen aber den wollte ich ganz einfach nicht hatte da kein gutes gefühl und ich habe lieber gewartet obwohl der welbe natürlich niedlich war alles klar aber trotzdem bauchgefühl hat bei uns beiden gesagt nee das passt eben wenig das ist unsympathisch einfach die frau die züchterin war unsympathisch und dann tja dann haben wir eigentlich unsere nomi gefunden es hieß zuerst sie sei schon vermittelt da war ich natürlich schon traurig als ich angerufen habe nee ist leider weg und dann ich glaube zwei tage später rief die züchterin doch noch mal an und hat gesagt nee die ist doch wieder da schlussendlich ist es zwar ein kleines problem dass sie schon mal vermittelt war denn sehr schlechte erfahrung gemacht dort wo sie hingekommen ist was natürlich für einen welpen in der entwicklungsphase in der prägezeit schlecht ist das heißt nomi ist daher eher ängstlich veranlagt bei tieren und also grundsätzlich bei tieren natürlich auch bei hunden und auch bei anderen menschen sie ist eher vorsichtig sie ist eher passiv aber gut das ist halt dann jetzt so ne weil wir sind dahin gefahren war auch zweieinhalb stunden fahrt glaube ich es also es klingt super kitschig ich weiß aber da waren noch zwei drei andere welpen aus dem wurf ich habe sie hochgenommen so ich meine anderthalb kilo waren das so hochgenommen und habe sie angeguckt und mein bauch und mein herz haben sofort gesagt das ist mein hund das klingt super kitschig ich weiß aber es war tatsächlich so und wir bereuen das überhaupt nicht auch wenn das natürlich so ein paar probleme mit sich bringt wenn du einen ängstlichen hund hast du musst einfach ein bisschen mehr darauf acht geben und du musst ihn mehr an so etwas heranführen an fremde dinge ja sie passt super gut zu uns was soll ich sonst sagen eigentlich war es dann auch eine haraki reaktion so ein bisschen denn ich habe die züchterin gefragt ob sie das okay finden würde wenn wir nomi jetzt einfach an dem abend mitnehmen würden denn die konsequenz wäre nur gewesen wir wären nach hause gefahren wir wären am nächsten tag morgens wieder hingefahren und hätten sie abgeholt und das wären dann ja noch mal vier stunden fahrt gewesen insgesamt wenn die züchterin jetzt gesagt hätte nee das ist mir jetzt einfach viel zu kurzfristig hätte ich gesagt okay dann kommen wir morgen wieder hätte ich auch gemacht sie hat uns dann auch soweit vertraut dass wir nomi schon am selben abend dann mitgenommen haben und auf einmal hatten wir einen hund wir waren gar nicht so eben darauf vorbereitet aber durch das welpenpaket was wir mitbekommen haben war sie auch erst mal versorgt das war jetzt nicht schlimm oder so und ja dann hatten wir einen hund und klar ist es ach ich meine der erste hund und so niedlicher welke hallo mit so riesigen knopf augen und anderthalb kilo man kann sie in einer hand so halten sie ist setze ich sehr schnell an uns gewöhnt sie hat gar nicht gejammert die nicht oder so dass sie war sehr schnell ruhig sie hat sehr schnell durchgeschlafen stubenreinheit natürlich ist das ein thema bei jedem welpen aber es ging echt richtig schnell ich habe mit schlimmerem gerechnet ich glaube so die ersten zwei wochen da musste man schon relativ früh mit ihr raus also so um fünf uhr morgens aber trotzdem wir haben schon die nacht durchschlafen können was einfach super war seitdem würde ich sagen ist die kleine maus doch schon recht gut erzogen was mir sehr wichtig ist ich glaube sie fühlt sich wohl bei uns wir haben ja noch ein kater mit dem läuft es so lala es wird es wird langsam besser und ja unser leben hat sich absolut verändert durch sie das auf jeden fall zum positiven von anderen die auch ihren hund als welpen bekommen haben habe ich schon gehört dass die so sagen nie wieder nie wieder ein welpe das war mir viel zu stressig das möchte ich nicht noch mal bei mir ist es genau andersrum ich will auf jeden fall noch ein welpen ich möchte auf jeden fall noch ein havaneser und irgendwann noch einen großen hund das fände ich auch toll so klein und groß und nebeneinander die dann zusammen spaß haben das wäre auch echt schön aber auf jeden fall noch mal welpen und auf jeden fall noch ein hund ich merke ich bin definitiv ein hundemensch ich dachte eigentlich immer ich wäre ein katzenmensch aber okay man lernt ja dazu entschuldigung was auf dem kissen machen wir es uns jetzt gemütlich ja ich will auf jeden fall noch einen hund meinen mann muss ich noch ein bisschen überzeugen aber wir wissen beide das wird nicht in dieser wohnung passieren ich möchte einen garten haben ich möchte im erdgeschoss wohnen und nicht treppen laufen müssen jede stunde das wird noch ein bisschen dauern bis es soweit ist es war einfach eine superschöne zeit ich finde es ein bisschen schade dass dadurch dass man einfach auch im stress ist in der weltzeit dass ich nicht so viele fotos von ihr habe nicht so viele gute fotos tatsächlich und nicht so viele videos wo man einfach erkennt wie die verhältnisse sind wie klein sie war man sie ist ja jetzt immer noch klein aber sie ist trotzdem von anderthalb kilo auf 4,2 kilo normal gewachsen das ist normal das ist schon ein bisschen was also die war super klein und super süß aber dadurch dass sie so schwarz war und inzwischen braun aber trotzdem ist sie einfach schwer zu belichten und wenn du dann mit dem handy ein foto machst dann ist das irgendwie nicht so dasselbe man kann sie da einfach nicht so gut drauf erkennen und das finde ich ein bisschen schade das werde ich auf jeden fall anders machen beim nächsten welpen ich glaube ich belasse es erstmal dabei bevor das video jetzt doch zu lang wird so habt ihr nur mir ein bisschen näher kennenlernen können und ich mache noch mal eine einleitung